hallo leute ja wir sind hier zwischen zwei relaxsaurus oder so ähnlich keine ahnung relaxsaurus und ja hatten letztes mal hier aufgehört müssen mal gucken was wir als nächstes machen gucken wir mal gerade in die karte wir sind hier hinten ist leider jetzt nicht so wirklich was ich denke wir gehen den weg vielleicht weiter rum und schauen dann was da los ist ist das die richtung ja nach dem logo geht es dann weiter mal ein bisschen land entdecken diese lexasaurus man könnte da natürlich den einen oder anderen auch jetzt hat er sich hingesetzt und greift er mich an ja der ist agro das schlecht wenn der agro ist das war leider zu spät egal da kommen dann bis stop da sind zwei warte mal dann vielleicht zurück und den da hinten nehmen wenn die alle agro werden oder der war nur alleine ach jetzt läuft er weg schauen wir mal oder der ist alleine kriegen wir den der tod und fällt noch nicht um kann das sein beide tod ne der noch nicht jetzt aber shit ok gehen wir erstmal weiter das bedeutet eigentlich dass wir dann ja beide hier waren ja auch zu weit können wir beide angreifen warum ist der tod also das war der von vorhin hier ist noch ein bisschen loot hochwertiges palöl habe ich da hinten das gar nicht geguckt ist jetzt zu spät ach so da sind ein paar wachen wie krieg ich jetzt meine kugel wieder rein ja zu spät wie krieg ich jetzt meine kugel wieder rein ich hätte vielleicht abbrechen loslassen müssen dann wäre es wahrscheinlich egal ok da sind noch zwei schauen wir dass wir die auch noch kriegen oder vielleicht können wir jetzt mal ja da oben tutorial bauer brutkasten und sowas weiß ich nicht brauchen wir nicht oder was ist das da für einer glaube ich dass ich den nicht kenne das ist eine grüne kugel nachher nehmen wir dann mal mit ist hier noch irgendwo einer da ist eine palsäle die holen wir vielleicht noch mal besser da ist das ich 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 Vielleicht krieg ich ihn diesmal. Der da hinten ist aber mächtig stechtig. Der ist immer noch da. Da sind zwei von denen jetzt. Und dann holen wir den mal raus. Auch da hatten wir sogar schon zwei von, okay. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Irgendwie höre ich so bumm bumm. Was sagt die Karte? Beacon ist da. Aber da ist bestimmt noch so ein Sprungpunkt, oder? So ein Schnellreisepunkt. Ich dachte mal der Fackel wäre alle, aber ist er nicht. Er musste nur gerade was essen. Ah, da oben. 295 Meter bis zum Sprungpunkt. Jetzt wird er angezeigt. Jetzt wird er nicht mehr angezeigt. Gehen wir mal gerade nochmal zurück. War doch hier irgendwo, oder? Da noch. Dann müsste ich da hochklettern. Ja. 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 Dann macht ein Präsent. Träger. Dann macht ein Präsent. Ja. Aber we können jetzt wieder dahinter, die Tür zu passen. Dann進 warst du schon wieder. Das ist alles noch nicht. Dann muss ich den Präsent. Dann braucht ich den Präsent. Dann sind wir doch alle Calmer-Catwerke. Dann kommen wir doch hier dran. Dann schaufen wir doch mal in das theatre. Wie? Nichts nicht. Ich habe den Präsent. Ich habe den Präsent. da müsste es ja hochgehen eigentlich oder beim klettern spiegelei gegessen der ist sehr cool ja 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 Aber irgendwann wird es ja bestimmt hell und dann sieht es schon so aus. Und dann ist es tot, ne? So ein bisschen doof. Vielleicht muss ich den einmal rauslassen, dann sofort wieder reinholen nach einem Angriff. Vielleicht klappt es dann. Da geht es auch schon wieder ganz schön runter, ne? Ja. 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 alle level up da oben links schon ewig nicht mehr gesehen da so ein elektrischer das ist ein Ei das nehmen wir auf jeden fall mit Eier sind mittlerweile echt rar geworden Oh eine riesige Statue da Ja schöner Ausblick und da ist ein riesen Baum ja 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 No, kaput. Shit. Hier ist nochmal was zu looten. Hier muss ich irgendwo das Lager jetzt sein. Aber das Lager machen wir in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Falls ihr noch keine O-O-B macht, falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch. Macht euch die Glocke an, kriegt ihr mit, wie ich das nächste Video hochlade. Gerne Kommentare schreiben und auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dann. Ciao.